einen wunderschönen guten morgen aus der savanne in fountain of youth da oben hängt auch früchte dran den baum sehe ich gerade aber ich will mal ganz kurz checken da ist eine frucht die nehmen wir uns mit ja beim letzten mal haben wir die ersten kupferbarren geschmolzen und wir sollen immer noch die kupfermine finden das ist eine unserer aufgaben es gibt noch mal diese nebenquest in dem wir irgendwie meeresressourcen erforschen sollen das kann man auch noch machen aber ich würde sagen wir machen jetzt erstmal diese kupfermine denn wir haben früh am tag ich bin einigermaßen gesättigt und wir müssen hier oben zu der kupfermine als zumindest war das hier im journal wenn wir dokument ansehen müssen wir hier oben bei der insel dahin wir waren ja schon bei der einen kupfermine und ich würde sagen wir nehmen auch unseren wagen mit wenn hier ist noch platz drin wir können ja mal die sachen raus räumen und die packe ich jetzt mal hier rein ich habe hier drin auch noch eine kiste aufgestellt in die ecke um so ein bisschen material verteilen zu können und würde sagen ich möchte es wagen mit dem wagen in den norden zu fahren so jetzt ist nur die frage wo geht es hier durch ich glaube sollten hier so vorbei und dann hier rein das heißt wir halten uns jetzt hier erst mal am rand und hoffen dass wir keinen hitschlag kriegen hier vom spiel dann können wir nämlich gleich ein bisschen kupfer mitnehmen es gab doch sowas wie ein transportables bett meine ich das hätten wir uns eigentlich mal bauen können hätten wir nicht bei der kupfermine ausruhen können aber hätte eine fahrradkette mal gucken was ist da für eine kante da sind wir doch und dann nach links geht es da hinten durch gehen ich lasse ich jetzt liegen ob die viecher vergammeln ja nicht dass eine höhle das sehr gut da sind auch zwei skorpione am boden was ich gerade gemerkt habe ich weiß nicht ob es am sperr liegt oder an den letzten patches der sperr zieht nicht mehr nach links oder beziehungsweise nach rechts ein riesen boob ist ich glaube das waren diese diese pilze und so und hier ist irgendeine tafel lied der endzeit die menschen haben an der pest gelitten ok das nehme ich jetzt mal mit steine können wir immer gebrauchen und ansonsten sind die beiden skorpione weißt du was die nehmen wir uns mit weil wir sie schon gekillt haben packen wir das hier rein sehr nice weiter geht's ab und zu mal auf haut drücken habe ich viel zu selten genutzt diesen instinkt ne nach ich weiß dass die viecher eigentlich auseinandernehmen müsste aber habe ich jetzt keine lust drauf geht es hier hoch ein boller wagen ist ja zum glück geländetauglich und dann müssen wir uns leicht rechts geradeaus sondern hoch nach denen ist das lager sind direkt zwei von den viechern ich hole jetzt hier vorbei ich habe keine lust auf kampf ich glaube aber kommen wir durch doch sie gut aus ich habe doch gar nichts gemacht dass mein kollegen tut mir leid mit deinem kollegen wo ist er hin da du kommst mit ja machen wir den weg freier davon wir durch ich mache jetzt hier mal umschneiden ich glaube das ding noch nicht immer dadurch da ist noch so was was für eine opferstätte aussieht und dann nach links halten wir fahren jetzt erstmal zu der mine da ist er nämlich irgendwas hat mich hier angefaucht ist aber anscheinend weit entfernt da ist die mine mit überresten von einem jaguar was drauf zu blinken auf jeden fall sind wir an der kupfermine das ist was mir aufgefallen ist das spiel hat immer einen farbstich immer bei den thumbnails machen und so weiter ist es ein bisschen schwierig weil es immer alles um braunen matsch ist von ponze de leon and fernan delgado found an ancient copper mine in the depths of the island the explorers were about to start mining the ore when a huge beast jumped out of the bushes and rush to the commander the conquistadors had never seen such a ferocious predator before fernan did not hesitate and struck the animal with a well-aimed shot his quick response is the only thing that saved one ponce de leon with the beast defeated the friends filled a cart with copper ore and returned to the camp the sailors were able to use the ore to forge strong patches and reliable tools to repair the san cristobal the ship and four small boats were soon fixed and ready to sail this time one ponce de leon decided to act for sure the commander organized several search parties to study the nearby islands and their weather knowledge of the region was to help the sailors make their way through the b-mini belt i found a list of places with coordinates where the search parties and the commander himself had gone if i can determine the coordinates of the island i am currently on i could draw a map and then figure out where to sail to find one ponce de leon ok da habe ich den ton wieder ein bisschen lauter gemacht noch mal jetzt wieder ein bisschen leiser die tafel für fernans schicksal zum gedanken an fernan de legado der das leben seines captains ron ponce de leon gerettet hat soll hier eine kathedrale errichtet werden mein leben im jahre 1513 haben wir hier kupfer abgebaut in einer alten min und einem beschädigten schiff zu reparieren und die expedition auf der suche nach dem jungen brunnen fortzusetzen hey so was machen wir jetzt hier wird ja ein jaguar rumstreifen und am rand halten müsste es eigentlich gehen ich würde sagen wir spannen uns vor den wagen und ich packe den mal hier und dann können wir eigentlich hier direkt hin und her laden das müsste eigentlich funktionieren die frage ist wie lange zeit eigentlich müsste es gehen drei stunden bin ich ja völlig am gut ein bisschen essen wird das schon gehen dann haben wir uns schnitzel rein 100 prozent und trinken noch ein bisschen was jetzt überlege ich komm her kätzchen boah der sperr kritischer schaden tut mir leid mieze katze ähm ich überlege jetzt gerade ob ich mich hier kurz ein bisschen ausruhe wenn ich mich hier in den schatten lege ich weiß habe keinen guten schlaf aber zumindest dass ich nicht völlig kaputt nach hause gehe so hier das stück müsste doch reichen mal drei stunden schlafen in der hitze der nacht und was nehmen wir von dem kätzchen hier mit das fell das fleisch die sehnen und knochen dann haben wir eine stunde dann ist es kurz vor nacht das machen wir sind schade dass wir sich alles mitnehmen können aber wir müssen ja noch zurückkommen jetzt ist die frage gibt es hier mehrere von den viechern wir gucken weil da glänzt auch noch was das würde ich ganz gerne noch erkunden ich lass mal den wagen hier stehen dann hier ist wieder so ein fauch ding ja ja ich habe die katze habe ich schon besiegt hier da stück einer karte der einheimischen so gibt es hier noch ein kollege nee das ist noch so ein duo da hinten da ist mein wagen da ist die überreste nee ich mache mich jetzt nach hause ich habe keine lust in der dunkel digi okay wagen in die hand und go wir müssen zurückkommen was wir natürlich machen können wir können hier im lager anhalten das war ja irgendwo in der nähe was liegt denn da da liegt noch so ein komischer glitzer ein pür liebt oder wie das ding heißt das habe ich schon hin schon mal gesehen wo war denn das lager es war hier irgendwo muss hier reingehen ich hoffe ich überrolle nicht irgendeine schlange wieder kommen wir rüber jo guck mal sehr sehr nice hier können wir nämlich in ruhe schlafen guck mal bis kurz vor sonnenaufgang schön heuer bubsch gemacht sehr gut so wir müssen wir haben eine neue aufgabe bekommen auch dadurch dass wir das gemacht haben wir müssen jetzt weiße dürrwurzeln grundnessel und lila korallen und wir müssen die windige insel finden also hier das wir sind auf der insel gerade dass die kupferinsel steht auch drin und diese insel haben wir noch nicht entdeckt die ist hier oben das ist unser nächster dieses gezwitscher unser nächster punkt so ich überlege gerade dass ich noch ein bisschen ressourcen mitnehme wenn wir schon mal hier sind weil wir sind eigentlich noch recht fit dann können wir noch ein bisschen ressourcen sammeln gut ich glaube hier hat man schon alles geholt jetzt muss ich kurz überlegen wie wir hier rauskommen in die blickrichtung ziemlich weit geradeaus am vogelnest dann rechts genau was war denn das für eine nummer jetzt beruhige dich so also andere richtung das spiel ich muss mal kurz und zacken leiser mir föhnt hier gerade die ohren weg ich mach mal so so geht's auch ich finde das können noch ein bisschen abgemischt werden noch eins weiter dann rechts ja da ist der oh shit deswegen bin ich da nicht lang habe ich hier nicht den weg frei gemacht doch dich nehmen wir mit ich kann mal für alle möglichen sachen gebrauchen hier ist die treppe perfekt so jetzt können wir eigentlich auf dem rückweg auch die viecher mitnehmen die wir erlegt haben die müssten ja da dann nehmen wir uns hier die knochen das fleisch das leder und das fett ich weiß nicht ob wir das alles brauchen aber nicht außen halten okay wir müssen unser messer reparieren aber es lohnt sich aber noch nicht wir machen so 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 ah ja jetzt ist kaputt und jetzt können wir die zwei fett noch rausholen perfekt also muss wirklich mal ein kompliment das habe ich ja schon oft gelobt bei dem spiel aber die bedienbarkeit davon dass so ein Wagen nicht komisch rumbackt und hier irgendwie festhängt das haben sie wirklich gut gemacht die Entwickler das messer geht aber ganz schnell kaputt mittlerweile ich glaube das liegt daran dass wir es schon so oft repariert haben dass es einfach keine grundhaltbarkeit mehr hat keine gefahren was sind hier eigentlich für äste drin was denn das süßkartoffeln das gibt doch bestimmt ein leckeres kartoffelfeuer oder nein jetzt kann ich mich nicht wieder nicht bewegen ich habe mich aufgepasst ich habe es unten rot angezeigt gesehen ähm so geht's gut wenn du so einen sack kartoffeln hier erntest dann wirst du auch mal überladen aber wir haben ja jetzt beim letzten mal die ersten kupferwaren geschmolzen da liegen doch die leichen der spinnen rum von daher müsste uns ja bald ein besseres messer machen können so was wir machen sollten wir haben ja jede menge blätter mitgenommen wir gucken mal dass wir drinnen die kiste upgraden auf eine haltbarkeits kiste hier mit zwei seilen dann hält uns das auch länger frisch geht da noch eins ne geht nicht weil dann können wir hier ein bisschen essen reinmachen können wir hier ein bisschen das fleisch lagern dann haben wir hier auch so ein zwischenlager die süßkartoffeln das fett das hat eine ewige haltbarkeit das nicht dass wir hier so die ganzen ja gut das bräuchte ich eigentlich auch nicht da drin leben auch nicht aber ihr wisst was ich meine dass wir hier so ein bisschen die sachen reinlegen haben wir hier noch was zu essen die meisen haben wir hier noch drin die datteln die haut ist eher nichts verderbliches also wir haben hier nichts verderbliches das ist die säge die kann da drin bleiben dann machen wir hier die knochen rein die säen sind auch nicht verderblich so die ameisen müssten eigentlich verarbeiten sonst gehen die uns kaputt ich glaube das war auch mit den grünen blättern haben wir denn noch welche übrig ja da haben wir auf jeden fall noch blätter übrig dann würde ich hier mal das feuer anwerfen damit wir uns das fleisch braten können beziehungsweise auch die die ameisen verarbeiten das war ja glaube ich wegen sonnenbrand oder so und ich glaube das ist auf dieser insel jetzt nicht das verkehrteste nein unser feuerstein ist auch bald kaputt aber irgendwo hat man noch einen zweiten ich befürchte allerdings auf unserer starter insel ach die ameisen waren an dem tisch hier jo jodert okay kein werkzeug da brauchen wir den mörser wo habe ich den mörser den habe ich glaube ich hier rein danke nochmal schildi für deine spende ja jetzt haben wir medizin raus gemacht jetzt ist das ein bisschen länger haltbar ich packe auch die medizin hier in den in den koffer rein und die jagerhaut können wir draußen so fleisch wollte ich mir braten siehste und süßkartoffeln können wir mal gucken ob wir uns vielleicht hier ein leckeres ess mitmachen können was kann man denn hier so braten da geht auch noch ein upgrade mit topf da müssen wir aber noch einen lehntopf machen und das schaltet noch weitere rezepte frei beerenkompott etc aber dazu haben wir jetzt keine zeit weil da müssen wir erstmal einen topf brennen und das dauert alles ewig von daher ich mache mir mal so drei fleisch und den rest können wir machen wenn wir dann wenn es kurz vor verdorben ist dann schmeckt es besonders gut so das nehme ich mit ach die süßkartoffeln wollte ich gucken aber da gab es kein rezept oder süßkartoffel rezept bratener fisch rotfrucht mit ei ok das haben wir noch nicht geerntet die brotfrucht ok dann wird das wahrscheinlich bei dem größeren feuer der fall sein war schon immer dieser teller hier oben drauf habe ich hier beim letzten mal nur übersehen ach das war glaube ich durch das upgrade da kam der teller hinzu deswegen habe ich das so unbewusst wahrgenommen äh nicht mit sehr cool ja echt cool also diese dieses spiel hat so viel vielfalt also allein das upgraden der der werkbänke oder auch des boots und so weiter wo wir drauf sind das ist echt krass so das ding das müsste ja locker durch sein der ausgabe behälter bringt uns 15 wasser ja nice komplett voll zwei behälter wasser prost würde ich sagen ziehen wir uns ein schnitzel rein wieviel gibt das 31 ja komm zur feier des tages ziehen wir uns doch das rein so das eine fell muss ich noch hier lassen und vielleicht zeigt er uns ja das rezept dann mit den kartoffeln wenn wir eine in der hand haben das ist eine gute idee naja ja also wir müssen einen topf machen dann würde ich sagen wir bräuchten noch lehm den wir hier aber nicht mehr haben ich glaube die hatte ich ja zuletzt leer gemacht das waren die wo ich noch die letzten drei gefunden habe in acht tagen jetzt ist die frage welchen lehm klumpen wir leer gemacht haben ich bin doch eben noch an lehm vorbei gehuscht kaffee haben wir übrigens auch noch nicht gekocht fällt mir ein und geangelt haben wir nicht das wäre doch mal eine nummer wie stellt man denn eine angel her aber wie lange brennt das feuer noch das können wir vielleicht nutzen um ein buch zu lesen oder und ich müsste noch mehr behälter machen damit ich das salzwasser mehr umschöpfen kann was haben wir denn oh das vergammelt hier alles hier sind auch noch ameisen drin und noch kaffee und so weiter und auch noch wir haben noch so viel gebackenes hier ach du güte was haben wir denn alles hier drin noch hier ist ja noch ein ganz battalion ersatzwasser für die reise noch ein ei ist noch drin aber lehm haben wir nicht aber wir haben hier warte mal wir haben hier von den kokosnüssen das ist gut und in verbindung mit seil können wir uns doch so ein behälter noch mal craften ja ton bräuchten wir ton wäre eine gute nummer so was war das denn ja perfekt alles klar und dann mit der kokosnuss die behältnisse dann machen wir uns jetzt auch mal zwei stück und schon sind wir mitten in der nacht das ist aber nicht schlimm dann können wir nämlich die nutzen und wir können aus dem ach es stimmt das ist jetzt blöd gewesen ich hätte ja die größeren aus dem bambus machen können ja das habe ich total vergessen naja ok warte mal was moment an mal ok dachte schon ich dachte gerade ich hätte in einen fast leeren behälter der mit normalem wasser gefüllt war hätte ich jetzt irgendwie durch zufall ein sauberes wasser hergestellt durch ein bug oder was das hätte mich als stark gewundert so hinzufügen zack 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 so einen machen wir noch dann machen wir nämlich das wasser über nacht an und dann haben wir am nächsten morgen wieder sauberes wasser hier drin mhm 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 da ok dann brauchen wir was zum anfeuern äh da ist noch Pilze und die Skorpione und die restlichen Kartoffeln müssen wir in den Kühlschrank vor allem in den Kühlschrank in die Kühlkiste legen hätt ich fast liegen lassen da drin die Skorpione mach ich auch mal da rein also wir haben Äste fürs Brennen jetzt brauchen wir noch ein bisschen Zunder und vielleicht noch den ein oder anderen Ast ich nehme mal die kleinen hier und ich glaube demnächst geht unser Feuer nicht mehr an das hat noch funktioniert so ab ins Bett äh ja passt gute Nacht guten Morgen so Angel wollten wir machen ne hat man gesagt also es gibt eine verbesserte Angel da fehlt uns eine Kupfernadel äh zum Gegenstand nein hm wie verarbeitet man eine Kupfernadel macht man die direkt aus Kupfer oder eine primitive Schmiede eine primitive Schmiede Schmiede Tonform für Armbrüste eine Tonform für Armbrüste eine Tonform für Armbrüste machen wir aus drei Streifen okay also wir müssen so oder so müssen wir Lehm besorgen damit wir weiterkommen mit dem ganzen Crafting Gedöns so dann machen wir den schon mal voll ähm dann machen wir das voll und das Meersalz können wir auch mal rausnehmen ne ah siehste oh Gott wir haben noch viele Sachen vor uns pökeln wollte ich das muss auch irgendwie gehen pökeln muss auch irgendwie möglich sein so ich mach mal hier eins zwei Wasser hier rein dann haben wir was auf Vorrat hier in der Kiste das sieht doch gut aus guck mal unsere Vorratskiste sehr sehr nice guti dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder und dann werden wir mal gucken wie das mit der Angel funktioniert also wir werden versuchen Ton zu finden und ähm solche Dinge bin sehr gespannt bis zum nächsten Mal macht's gut bis dahin tschüss